herzlichen willkommen auf meinem kanal show ghost of shushima das spiel wir sind natürlich weiter das abenteuer so wir wollten hierhin gucken was dafür ein ordner ist hier aus hier haben wir was schon so nehmen wir dann für alles mit muss da hoch wahrscheinlich Insektorort kann ja nur hier sein Insektorort kann ja nur da sein Fuchsbau Wo ist der Fuchs denn aber Ah hier Ja warte den folgenden natürlich eben den Fuchs Ah da runter ist er Wo ist er da hin Sie kämpfen mit dem Dörren da hinten Wo ist er da hin Ach da Mal schauen Cool Komm wir sträufeln die jetzt Da freut er sich doch Da freut er sich doch Da freut er sich ja so richtig schön Und jetzt häppelt er auch noch Hobbyhop Sag ich doch Jetzt häppelt er auch noch Noch ne Füchse oder was Nehmen wir hier wieder los Und Jungs Jungs ich muss da hoch Oh der wird plötzlich Die haben auch Noch ein Raubtier füllen Ich hoffe da ist Platz Ich hoffe da ist Platz So jetzt Was können wir jetzt noch mal ein Raumtürfüll machen Ah Fallensteller Super Dann müssen wir noch mal ne schnellreise machen Oh Reisen wir das mal hier auch hin Das ist mal weil es mal da bin Das ist mal weil es mal da bin Schnellfeuerwaffen Schnellfeuerwaffen Kunneu und Rauchbombe Kunneu wäre auch nicht schlüsst Ein paar Stück mehr hat Ja Nur für euch Gut Wir sehen uns wieder Wir verkaufen das noch Aber nicht jetzt Mögen eure Yagen erfolgreich sein Da hinten müssen wir noch was Ah ne das ist eine Hündung Wie könnt ihr das sagen Sie töteten so viel Selbst euer zukünftiger Mann So Da müssen wir mal hier gucken Was haben wir denn da Scherstören die Werft Geflüster im Wald War ich ja schon fertig Das könnte ein bisschen Schon lange jetzt werden Machen wir doch Steinbogenkreuzung Habe ich die nicht schon fertig Machen wir die Kurz Dann kann ich schnellreise machen Da hin Habe ich die nicht schon fertig gemacht Gehabt Ich weiß es gar nicht Bringt mir das was Wir gucken mal eben kurz Ob das was bringt Aber es bringt nichts ja Ich muss nicht benutzen Hat es irgendwo in der Heulung gebucht Oh ein wenig Auf die Beuge 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 Was ist das? Ah, Handführer getötet. Schockalocker. Jetzt haben wir eine Schnuller-Wieg. Geht, Geht... Herr, Geht... So, wer war tot? Kann man hier was holen? Hier ist offen. Ja. Wie geht's fertig? Ist der eine Gerichte? Ja. Jetzt wird den Herr Rostkornung hervorragend. Was ist der? Wann ist das? Das ist der, der Rostkornung hervorragend. Wann ist der? Ich kann mich nicht wegnehmen. Ich kann mich nicht wegnehmen. Die Vorbereitung hier noch mal mit. Freut mich. Ich weiß nicht, ob hier noch jemand durchsetzt. Das nehmen wir noch mit. Das ist einer. Das ist eine große Herausforderung. Das ist eine große Herausforderung. Das war's für heute. Das war's für heute. War das mal gut oder war doch mal gut? Ich würde sagen, es war mal gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hier finden wir aber viel. Das war's für heute. 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 Ich will jetzt mal da unten gucken auf den Kommentaren. Abgeschlossen. Wunderbar. Ja, da weiß ich mal eine kurze Einführung, äh, kurze, wenn es uns gefallen hat, lasst da einfach mal ein Like, Like da, hilft mir bei meinem Kanal auf Boulders Liken und wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt, gerne auch ein Abo da lassen, würde ich mir auch drüber freuen. So, bis schon erst in Folge und Tschüss.